Die Krone, das höchste der Getüte, sondern wenn ich morgen endlich mal hören würde, du bist es vielleicht und du bist es und ich darf das Camp als vierte verlassen und ich habe noch einen halben Tag mit meinem Mann zusammen, das wäre für mich einfach der absolute Wahnsinn. Und dass ich das so lange machen konnte, war eure Schuld. Ihr habt angerufen für mich und jetzt hätte ich eine klitzekleine Bitte, ruft doch einfach noch mal für mich an, weil dann würde ich ins Finale kommen und das wäre noch mal ein ganz, ganz großer Traum. Bitte, ruft für mich an, dass ich ins Finale komme. Und dann natürlich weiter, dass ich diese Krone hole, die Krone. Bitte, denk an die Krone, denk an die Krone auf meinem Kopf. Nein, lass den kleinen Jungmogen...